Woche 10 am Start und damit die finale Aufgabe, was geht ab? Willkommen zurück zum neuen Video von BruckerTV. Hier in diesem Video geht es darum, und zwar liefere legendäre Waffen bei Shadow und bei Ghost Übergabenkasten ab, Leute. Und die beiden Kästen findet ihr einmal in Retail drawer, das heißt einmal hier in dieser Location hier. Und was ihr machen müsst dafür, um den Skin zu bekommen oder Style zu bekommen, wäre einmal bei Shadow oder bei Ghost jeweils zwei goldene Waffen reinzutun, um den Style zu bekommen. Shadow wäre einmal hier vorne am Anfang von Retail drawer, Leute. Hier könnt ihr Shadow Midas auswählen, wenn ihr zwei goldene Waffen habt, müsst ihr die einfach hier reinschmeißen hier und bekommt dann diesen Style hier. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, was für einen Style ihr haben wollt. Würde mich mal gerne interessieren, was ihr für einen Style haben wollt. Da würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Location. Ghost wäre einmal etwas vorne, Leute, hier bei dem großen Haus. Da gehen wir mal hin und hier müsst ihr auch einfach da wieder zwei goldene Waffen reinschmeißen, um den Ghost Midas zu bekommen. Und ich hoffe, ich kann euch mal zeigen, was wir machen müssen dafür, um die Aufgabe abzuschließen. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Aufgabe helfen, Leute. Wenn ihr Bock habt, lasst dann gerne einen Daumen da oben da, einen kostenlosen Abo. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer ProKLV. Peace out. Peace out. Vielen Dank.